Hallo Leute und herzlich willkommen zur Review der Graphics Demo im Bausimulator 2014. Ich stelle euch heute mal den Bauabschnitt vor, den es zu dieser Grafikversion bzw. zu der Preview der Grafikversion gibt. Da dieses Spiel noch voll in der Entwicklungsphase steckt, kann man jetzt hier nur mal einen kleinen Teil begutachten bzw. man sollte sich die Grafik mal im Detail anschauen. Man kann natürlich auch hier ein bisschen rumgehen, hier sind Schutthaufen, der Kran, Presslufthammer usw. Natürlich sind hier auch andere Personen, aber die machen im Moment hier nix. Oder doch, die bewegen sich sogar. Okay, dann hier haben wir noch einen Müllcontainer und Baumaterialien usw. Ja, hier sehen wir, auf die Erdschichten werden wir nachher eingehen und auf das Äußere, das sehen wir dann in einer anderen Perspektive. So, dann können wir mal reingehen. So, hier unterhalten sich natürlich zwei Menschen, Bauarbeiter mit einem Kasten Bitburger daneben. Natürlich alkoholfrei. Hier steckt eine Schaufel durch die Wand, aber das ist ja egal. So, dann sind wir im oberen Stockwerk angelangt und können auch auf das Baugerüst gehen. Und können uns natürlich auch nach unten begeben wieder. So, dann sehen wir auch hier die Ausscharung und so ein Zeugs für die Isolierung unten am Haus. So, Keller hat, da wird das Haus nicht haben anscheinend. Nee. Dann können wir auch mal noch die Außenperspektive gucken. Dann können wir auf Kamera wechseln gehen. Dann sehen wir mal den Abschnitt des Grundstücks. Ja. Ich hoffe ein bisschen aus wie Minecraft, ist es aber nicht, obwohl es ein Block ist. Nein. Unten sehen wir Fossilien, Steine, Abwasserrohre, denke ich mal. Und die verschiedenen Erdschichten. Ja. Hier ist der große Kran. Das Dach wird gerade im Moment gedeckt, wie wir sehen. Ja. Wechseln wieder die Kamera. Und dann können wir da unten Bauabschnitt wechseln. Und schon sind wir auf dem fertigen Gebäude. Und hier hat das Gebäude anscheinend einen Keller. Hm. Komisch. Dann können wir hier mal einen Blick erspielen. Da hinten ist die Küche. Können wir mal so machen. So, hier oben ist nichts drin. So, dann haben wir hier unten Küche. Und das Wohnzimmer da hinten. Einen Augenblick da hinten. Sessel und Couch. Dann haben wir hier noch ein schönes Spielzeug. Ein Audi soll das, denke ich mal, sein. Schaut schön aus von den Grafiken her. Also, kann man jetzt nichts zu sagen. Ja, dann können wir mal durch den schönen Garten gehen. Hier ein Rasenmäher, Holzstapel. Alles schön sehr detailliert dargestellt. Liegen, eine Bank. Ein etwas hoher Grill. Ja, der scheint ein bisschen zu hoch geworden zu sein. Dann haben wir natürlich noch eine Markise. Spielzeuge für die Kinder. Und natürlich an die Partikel wurde auch gedacht. So, leider können wir hier nichts machen. Schade. Da ist ein übergroßer Ball. Sonnenblumen. Und, ja. Hier an der Seite noch Kies. Also, alles sehr schön detailliert dargestellt. Also, so einen Briefkasten habe ich auch noch nicht gesehen. Naja. Egal. Auf jeden Fall. Schaut das richtig schön aus. Die Grafiken sind auch sehr schön gemacht. Und, ja. Wenn der Bausimulator so wird, wie es hier in der Grafik angezeigt wird, dann wird es ein super Erfolg. Hoppala. Sorry. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ihr könnt mal sagen, wie ihr das Spiel selber findet. Ich werde es mir, denke ich, mal holen und dann ein schönes Let's Play davon machen. Um nichts zu verpassen, könnt ihr mir natürlich auch ein Abo dalassen. Und natürlich sehen wir uns dann beim nächsten Teil oder Review oder sonstigen Video natürlich wieder. Bis dahin.